Willkommen zurück zur Demo. Wahrscheinlich die letzte Folge jetzt. Ich erwäge meine Kündigung in Zeichen. Ist bekloppt. So, wo geht's denn hier hoch? Coole Mucke? In die Garage kommen wir wahrscheinlich nicht, ne? Oh, doch. Das will ich mir nochmal angucken. Ah, mit den Erfahrungspunkten steigen wir also im Rang auf. Sehr gut. Ups. Steig in den Hubschraub. Ach, wir fliegen selber auch noch. Aufsteigen. Kreis sinken. L beschleunigen. R drehen. Beschleunigen. Muss ich L reindrücken oder wie oder was? Ach du Scheiße. Fenwick Intersection 6. Hä? 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 Ich verruini. Hö. Hö." Hö. 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 Ich bin gerade echt ein bisschen... Muss ich da hin, wo es links blinkt? Oder gelb blinkt? Ich glaube, die blauen sind unsere, ne? Halt den Scheinwerfer auf das verdächtige Fahrzeug gerichtet, um Unterstützungsmarken zu verdienen. Wenn du genug Marken gesammelt hast, kannst du Unterstützung anfordern, um bei der Verfolgung zu helfen. Oder Unterstützung anfordern mit R1. Und woher weiß ich das mit den Unterstützungsmarken? Ach, da oben, in der Mitte. Linden West. Call in ground support to catch these guys. Spike strip is ready. Call in ground support. 10-4 request for backup acknowledged. Suspect vehicle last spotted on Brookhaven. Die anderen Sachen kann ich, glaube ich, gar nicht auswählen, oder? Units in pursuit. Stinger is deployed. Suspect last spotted at Litchfield. Auf den Nagelsperren bringen am meisten Watt. Spike strip is ready. Keep that spotlight on the suspect. Acknowledged backup on route. Suspect vehicle was last seen in Fenwick intersection 4. Affirmative backup is inbound. Ah, wir haben ihn, okay. Central aerial pursuit has been terminated. Hawk 12, you are cleared to return to command. Ist das normal, dass wir so rauchen? Aber bin ich irgendwo gegen? Machen wir noch so einen kleinen Überflug über die City. Okay. Okay, schade. Not bad, Rook. Not bad at all. Excellent police work, Cordell. Let's hope he gives us something solid to go on before the August gang strikes again. Danke fürs Spielen von The Piss Pre-Sinsed. Keine Ahnung. Haben dir deine Aufgaben bisher gefallen, Rooki? Jo. Freut mich zu hören, Officer. Du hast dich da draußen wirklich gut geschlagen. Jo, das war also die Demo. Gefällt mir echt sehr, sehr gut. Das Spiel kommt auf jeden Fall auch auf die Wunschliste. Also ich denke mal, das wird insgesamt auch nicht so mega groß werden, weil man hat ja gesehen, die Karte ist relativ klein. Aber mich stört das absolut nicht. Wenn ich mal dran denke, wie lange ich an Avatar so gesessen habe, mag ich so eine kleineren Spiele eigentlich viel mehr, wo man ja kompakter was erlebt. Und es trotzdem Laune macht. Na gut. Haben wir wieder eine Demo abgeführstückt. Spitze bedanke mich. Bis denn.